Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Heute möchte ich euch den Nike Vomero Plus 5 für Damen vorstellen. Kein anderer Schuh ist so gedämpft wie der Nike Vomero Plus 5. Seine Fans lieben ihn wegen seiner luxuriösen Dämpfungseigenschaften und seiner hohen Flexibilität. Das nahtlos verarbeitete Material und seine geschmeidige Passform machen ihn zum Wohlfühlschuh. Für den besonderen Dämpfungskomfort sorgt die Cashlon Zwischensohle in Kombination mit der Zoom-Dämpfung. Für zusätzliche Stabilität sorgt die externe Fersenverstärkung. Das Duralon Außensohlenmaterial sorgt für höhere Abriebfestigkeit. Die Würfelbeinunterstützung erleichtert ein natürliches Abrollen. Auch der Nike Vomero Plus 5 ist kompatibel mit dem Nike Plus System. Das besondere Highlight des Damenvomeros sind die speziell eingearbeiteten Halux-Fenster im Vorfußbereich. Diese sorgen für eine irritationsfreie Passform im Großzähngelenk. Zusätzlich verfügt der Nike Vomero Plus 5 über ein individuell einstellbares Schnürsystem. Wenn ihr euch für den Nike Vomero Plus 5 bereistet, holt ihn euch in einer unserer Runners Point Filialen oder gleich hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com Deine Vomero Plus Deine Vomero Aldrich